Meine Weine und es gibt nachher, wird dann gleich parallel zur Musik hereingetragen, auf den Brettern wird das Buffet aufgebaut, das ist dann von der Mahlzeit. Also, ja, sind praktisch alles Familienmitglieder. Wie passend mit den Brettern. Den hätte ich jetzt nicht gebracht, aber das hast du selber gesagt. Also ich persönlich bin ja der Einzige, der das Glück hat, dass mich keiner rausschmeißen kann, außer meiner Frau vielleicht. Und deswegen traue ich mich, diese heikle Angelegenheit anzusprechen. Es wird ja bei den Stadtführungen Albert Geng nicht müde, diese intensive, langjährige, jahrhundertealte Freundschaft zu einer Nachbarstadt Lauf zu erwähnen. Sie wissen offensichtlich Bescheid. Und da gab es irgendwas. Was war denn da los, was an dieser Freundschaft, diese traditionelle, na, Robert, was war da? Wie viel Zeit habt ihr? Nein, wir fangen nicht im Mittelalter an. Nein, ich erzähle ein bisschen was über Lauf und das Buck. Also keine Anlage dauert. Nein, nein, keine Angst. Ich weiß natürlich, lieber Herwig, worauf du hinaus willst. Wir haben ja zur Eröffnung des Jubiläumsjahres im Mai eine Konzertreihe organisiert. Das war auch die Idee vom Johannes, mal zu sagen, Mensch, überlegen wir mal, beziehungsweise ist die Idee gemeinschaftlich entstanden beim letztjährigen Festival, auch wieder zu vorgerückter Stunde irgendwo. Ich muss die Werbung machen, weil es auch wirklich so ein bisschen die Heimat ist, der Künstler und der Organisatoren im Café Bauer dann nach den Konzerten. Und dann waren dann auch befreundete Bürgermeister mit dabei, aus Rötenbach, liebe Conny, und auch aus Burg Tannenmal, der Heinz Mayer und der Klaus Hacker. Und die haben dann gesagt, Mensch, das ist so toll, diese Festivalabende, die Konzertabende bei dir, können wir sowas nicht mal bei uns auch installieren. Und daraus ist dann die Idee entstanden, mit dem Johannes zusammen zu sagen, okay, wir machen ein Festivalwochenende im Mai bereits, sozusagen als Appetizer für diese Festivalwoche. Also Werbeaktion auch. Ja, na klar, sollte auch Werbung sein. Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen drei Städte, das ist eben Rötenbach und Burg Tannen. Und Lauf hat sich da ebenfalls mit angeschlossen. Der Kollege aus Lauf wollte da nicht hinten anstehen. Er hat gesagt, das müssen wir in Lauf auch machen, ist das ganz toll. Habe mich auch darüber gefreut, muss ich wirklich sagen. Am Ende lief es dann in Rötenbach sehr gut, in Burg Tannen toll. Und statt Lauf haben wir in Hasbrook gespielt. Also mehr Sachen dazu. Ich will da gar nicht näher drauf einsteigen. Das würde jetzt das schöne Festivalwochenende auch so ein bisschen kaputt reden. Nein, nein, nein. Aber ein bisschen enttäuscht war man schon, das muss ich schon sagen. Weil gerade in unserer großen Stadt, in der Kreisstadt in Lauf, hätte man uns schon gewünscht, dass das funktioniert. Aber hat halt leider nicht geklappt. Johannes, der Arnoldo hat gerade erwähnt, was seine Hauptmotivation war, dieses Fest im Prinzip zum Laufen zu bringen. Und es war, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich es richtig nachgelesen habe, ja auch Arnoldo, der dich mit vorgeschlagen hat als Nachfolger davon. Und wir haben ja vorhin gehört, so ein Festival hat verdammt viel mit Geld zu tun. Und so ein bisschen habe ich dann gelesen und dann hat Arnoldo dich vorgeschlagen, weil der kann das auch mit dem Geld. Wie hat sich das verändert? Wie hast es du übernommen? Wie hast es du empfunden? Wie hast es du weitergebracht? Was ist deine Motivation, die hinter dieser freundlichen Übernahme steht, die das Gitarrenfestival zu dem gemacht hat? Eben angefangen von 2000, jetzt muss man helfen mit der Jahreszahl. 19 minus 20. Nein, 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 von Arnoldo. Als du von Arnoldo übernommen hast in dieser Phase. Du warst ja vorher schon eingeladen als Künstler. Und was war im Prinzip, ist an. Ist an? Hallo, okay. Du musst nur reinsprechen. Ja, also erstens mal ist es natürlich erstaunlich, wie unglaublich die Zeit vergeht. Ich war vor 15 Jahren das erste Mal da, da hat der Arnoldo mich eingeladen. Und als Künstler kommt man auf ein Festival, spielt da, konzertiert eben und gibt im besten Fall auch Workshops. Aber dass man dann nach dem Festival eben vor 15 Jahren mit dem Auftrag kommt, ab jetzt künstlerische Leiter zu sein, war schon sehr überraschend. Und ja, Arnoldo, dafür danke ich dir natürlich sehr, dass du mich damals vorgeschlagen hattest. Ich habe erst mal gezögert, weil ich dachte, Mensch, das bedeutet eine große Verantwortung. Weil wenn ich was übernehme, ich bin eher immer sehr langfristig orientiert, sei es in Beziehungen oder auch in beruflicher Hinsicht. Natürlich, dann heißt es Verantwortung. Und ich hatte gesehen, dass hier ein wunderbarer Samen gelegt wurde, eben von Arnoldo, von Gerard natürlich auch und von Josep Enriques. Und die Hauptvoraussetzung, die hier war und die ich eben gespürt habe, das ist das, was jetzt hier auch ganz oft angesprochen war, diese familiäre Atmosphäre, das Vertrauen und das, was hier vom Publikum überspringt auch. Und ihr habt eingangs die Szenerie von Lauf und Herr Spruck gerade angeschnitten. Es war faszinierend zu sehen, als wir dann ganz kurzfristig, drei Tage vor dem besagten Konzert in Lauf oder zwei Tage vorher oder einen Tag vorher diskutiert haben, Was machen wir jetzt, wenn die Laufer dann nicht mitziehen? Dann kam plötzlich im Gespräch Max Weller, Robert und ich haben diskutiert, was machen wir jetzt? Und dann ganz spontan kam die Idee, Mensch, dann lasst uns dieses Konzert doch in Herr Spruck machen. Und alle, die jetzt mit Veranstaltungen zu tun haben und wissen, dass man, wenn man jetzt ein Konzert von einem Tag auf den anderen organisieren will, Da kommt kein Mensch. Aber das Konzert war ausverkauft hier in Herr Spruck und es ist wunderbar, dass so etwas möglich ist. Und das ist auch, was Herr Spruck wirklich ausmacht. Ihr alle steht dahinter und das ist wirklich toll. Und ich habe oft bei Konzerten, also meine Idee ist ja auch Bekanntes mit Unbekannten zu mischen, auch Neues, auch Herausforderndes zu bieten und es ist wirklich unglaublich, auch bei ungewöhnlichen Klängen, bei Dingen, die es erstmal zu entdecken gibt. Es ist eine wirklich wunderbare Offenheit hier und das ist, ja, das ist fantastisch. Jetzt habe ich noch nichts über meine Vision gesagt, aber ich habe jetzt schon meine Zeit des Redens wahrscheinlich überschritten. Nein, deine Vision wollen wir schon hören, denn da geht es ja jetzt um die Zukunft. Wir waren ja schon eine ganze Zeit lang in der Vergangenheit und jetzt ist eigentlich mal die Zukunftsperspektive, die du siehst, die ihr hier seht, ist eigentlich das Spannende, auch am heutigen Abend. Du, fang nur du an. Dann fange ich an. Also natürlich entwickelt sich eine Vision auch und aus Anolos Gedanken eben die Musik nah an den Menschen zu bringen, das hat mich auch immer sofort angesprochen und mir war bewusst, dass das eine große Herausforderung ist, weil ich hatte auch die Vision, dieses Festival ja auch groß zu machen. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, viele bekannte Musiker hierher zu holen, die ich kenne auch oder die weit bekannt sind wie, also ja, wir hatten ja wirklich große Musiker, Ellie Miola, Klaus Dolding, Jorah Veitmann in den letzten Jahren hier. Das war mir wichtig und wenn diese Musiker kommen, dann auch nah am Publikum, nah an, ja, dass man nicht wie im Prinzregententheater ganz weit oben sitzt, 100 Euro bezahlt hat und dann eigentlich, eigentlich was, ja, nicht so intensives Konzerterlebnis hat. Aber eben auch die Musik zu öffnen, dass die Musikstudenten, dass junge Musiker und interessierte Laien auch die Möglichkeit haben, ja, mit diesen Musikern zu arbeiten, von ihnen zu lernen. Und was, also ein wesentlicher Bestandteil für mich war auch, eben damals hatte ich mit Wolfgang viel gesprochen, diese Akademie-Gedanke, ich hatte dann die Idee, die Herzbruck-Musikakademie zu gründen, Wolfgang war dann gleich Feuer und Flamme, auch wenn es kein Haus gab dafür. Und eben die Workshops zu öffnen, nicht nur Einzelunterricht anzubieten, weil ich hatte das Gefühl, dass die jungen Studenten dann, die haben dann viermal oder fünfmal ihre Einzelunterrichtsstunde, aber sind dann eigentlich noch nicht genug gefordert. Und deswegen kam die Idee, eben auch international bekannte Professoren oder ja, auch Wissenschaftler einzuladen, die die Vorträge halten, die Seminare abhalten, die jetzt jenseits von Einzelunterricht stattfinden, sondern ja, die Musiker weiterzubilden. Weil ich selbst habe erfahren, dass das Musikstudium sehr einseitig ist. Man lernt unglaublich gut virtuos Gitarre spielen, aber man lernt zu wenig, ja, was muss man denn noch wissen, Musikbusiness vielleicht oder richtige Körperhaltung oder ja, auch vertieft in bestimmte Dinge reinzugehen. Und das... Auch fachlich ist es, die Gitarre, ihr habt ja auch Gitarrenbauer eingeladen. Genau, und das soll auch das Festival ausmachen. Super. Robert, was war das Schlimmste? Es ist schön, dass du so rumfragst, dann kann ich mit dem Schönsten aufhören, das bleibt dann vielleicht besser in Erinnerung. Das ist Absicht. Naja, was war das Schlimmste? Also allzu viel Schlimmes haben wir in den Jahren jetzt wirklich nicht erleben müssen, auch in den Jahren, in denen ich jetzt die Verantwortung übernehmen habe dürfen. Da muss ich noch was sagen zum Wolfgang Plattmeier, weil... Das ist der Tag der Abrechnung. Ja, das hat er sich wissentlich jetzt verkniffen auf deine Frage... Das muss ich jetzt loswerden. Auf deine Frage hin, warum er denn den Förderverein gegründet hat, hat er natürlich sehr viel Richtiges und auch Wahres gesagt. Eine Sache hat er unterschlagen. Das weiß ich nämlich, was die wahre oder auch Mitmotivation war für ihn. Er wusste ja, dass irgendwann mal Neuwahlen anstehen des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, wo er nicht mehr mit zur Verfügung steht. Und so ganz, so ganz war er sich nicht sicher, was danach kommt. Und ob derjenige, wir waren damals drei Kandidaten, der Stefan ist mit da, der Peter ist da, wir waren zu dritt. Und ob derjenige, der danach kommt, dann tatsächlich auch sein Baby das Gitarrenfestival annimmt, weiterentwickelt oder vielleicht fallen lässt. Das war auch so ein bisschen... Man muss immer in die Zukunft... Genau, genau. Das war so ein bisschen seine Sorge. Von daher muss man sagen... Aber eins muss ich sagen, keiner von uns dreien wäre so blöd gewesen und hätte das Festival fallen lassen. Also es will ja loswerden. Okay. Ansonsten, was war schlimm? Es war sehr viel Spannendes und Tolles dabei. Aber es waren natürlich auch immer anstrengende Dinge dabei. Also was uns jedes Jahr anstrengt, das muss man schon sagen, ist natürlich schon neben dem Genuss und neben den vielen positiven Eindrücken und den Begegnungen, die wir haben, auch der Blick auf die Zahlen. Und wir haben schon ein sehr enges Korsett jedes Jahr für diese Festivalwoche. Auch wenn der Stadtrat, das sage ich jetzt einmal öffentlich, dankenswerterweise jedes Jahr auch wirklich, egal wie eng es um unseren Haushalt bestellt ist, du hast das richtigerweise angesprochen, die Schatulle aufmacht und sagt, nee, das Festival ist uns wichtig und das Geld stellen wir auch zur Verfügung. Das, was wir dann noch brauchen zur Ergänzung. Das ist schon da. Also blicken wir immer ein bisschen kritisch, auch während der Woche auf die Besucherzahlen und weil die Eintritte schon wichtig sind für uns und laufen die Konzertabende alle gut. Das ist was. Aber wir haben eben auch durchaus Anstrengendes erlebt mit Künstlern. Du hast jetzt Aldi Mejola angesprochen. Wenn jemand schon Aldi heißt. Ja, Aldi, Aldi Mejola. Muss ich sagen, das war eine, ich formuliere es vorsichtig, eine sehr interessante Erfahrung. Eine sehr interessante Erfahrung, wo ich sagen muss, war werbemäßig schon spitze, weil über den Mann und die Dinge, die um ihn so herum passiert sind, alle gesprochen haben, auch wir. Also da war es werbemäßig wirklich spitze, aber ganz ehrlich, Johannes, wir haben ihn einmal gehabt, das genügt auch. Ich will damit sagen, ich habe viele, und das ist das Positive, wir haben ganz, ganz viele tolle Künstler da gehabt. Wirklich ehrwürdige Menschen und großartige Künstler, wo man sich verneigt davor, bevor die überhaupt einen Ton gespielt haben. Joraf Heidmann ist so ein Mensch zum Beispiel für mich oder andere großartige Persönlichkeiten, wo man gedacht hat, Mensch, was machen die in Herzburg? Was stellen die für Anforderungen? Was brauchen die? Und da stellt man dann fest, bei denen, wo man eigentlich mehr Sorge gehabt hat, die brauchen gar nichts. So wie du es geschildert hast, Wolfgang, die sind zufrieden, wenn die in der Sportkabine vielleicht ein Glas Rotwein noch neben der Wasserflasche haben, aber ansonsten gibt es ein belegtes Brötchen und das war es dann. Damit kommen die durch. Und am Ende gibt es dann tatsächlich die Pizza oder vielleicht auch was anderes in einem Restaurant. Aber was mit El Di Miola abgelaufen ist, angefangen vom Auto, das werde ich nie vergessen. Also die Story muss ich loswerden. Also nochmal, wir sitzen ganz, ganz viele Sponsoren da und wir werden toll auch unterstützt, was Fahrzeuge während der Festivalwoche angeht. Wir hätten damals haben können, für den Transport wohlgemerkt, die riesengroße Reise von München nach Ersbruck, also es dauert ja Stunden, fast Tage, hätten wir gehabt, einen Audi A8 in Vollausstattung. Wir hätten einen 7er BMW in Vollausstattung gehabt. Wir haben alles gehabt, aber der Mann beharrte auf einen S-Klasse Mercedes. Einen S-Klasse Mercedes. Wir hätten eine schöne, voll ausgestattete E-Klasse gehabt. Dann hat der Johannes schon gesagt, Vorsicht, haben wir schon mal erlebt. Die E-Klasse ist vorgefahren. Er hat sich ausgekannt mit dem Auto, hat die Türklinge in die Hand genommen, wieder losgelassen, hat gesagt, ich steige in das Auto nicht ein und hat sich wieder umgedreht. Aber wir kriegen doch alles hingekriegt. Ja, wir haben es hingekriegt. Aber ich muss sagen, das hat uns dann richtig Geld gekostet und das waren alles so Dinge, wo ich dann sage, weiß ich nicht, ob wir das für unser Festival so in der Form am Ende wirklich haben wollen. Wir sprachen von dieser familiären Atmosphäre. Neudeutsch nennt man das Community und diese Gemeinschaft, die wir da haben. Und die funktioniert auch ganz gut, ohne solche Stars mit echten Allüren zu haben. Die brauchen wir nicht wirklich bei uns. Noch eine Frage aus dem Publikum. Haben wir was Wichtiges vergessen, was Ihnen seit 20 Jahren auf der Seele brennt? und Sie... Das ist doch... Ihr habt schon alles erklärt, genau, für heute Abend. Dann machen wir es jetzt noch mal positiv. Das Abschlussstatement für das dieses Jahr Gitarrenfestival ab morgen. Haben Sie alle schon Karten? Braucht man gar keine Werbung mehr machen? Vielleicht darf ich noch was loswerden, was das auch ausmacht. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Wir haben bei den Festivals wirklich alles schon erlebt, bis auf eine Geburt, glaube ich. Also wir haben Zusammenführungen erlebt von Menschen, die sich kennen und lieben gelernt haben während der Festivalwoche. Die sind dann später auch wirklich oder jetzt immer noch zusammen. Wir haben leider auch sehr traurige Momente erlebt. Wir haben Künstler gehabt, die mit schwerster Lungenentzündung ihr Konzert durchgezogen haben und leider uns inzwischen auch verlassen haben. Die auch gestorben sind, aber die bei uns konzertiert haben. Wir haben alles schon erlebt und wir haben auch wirklich schon Eheschließungen während der Festivalwochen gehabt. Mein Schatz, das war großartig, muss ich wirklich sagen. Also während des Gitarrenfestivals alles schon gehabt. Und zum heutigen Abend muss ich sagen, das Schönste ist in dem Zusammenhang wirklich die Zusage von Johannes an die Treue, die du jetzt gerade noch mal von dir gegeben hast. Nämlich zu sagen, du bist an langfristigen Beziehungen interessiert, das spüre ich auch. Das werden wir auch weiterhin so ausbauen. Und das Schönste dabei ist, wir brauchen für sowas niemals ein Blatt Papier, wo wir beide unterschreiben, sondern wir machen was aus und dann geht es und dann ziehen wir das auch durch für die nächsten 20 Jahre, lieber Johannes. Vielen herzlichen Dank. Wow. Wow. Ja, danke, Robert. Also es ist natürlich so, unser Festival ist in den letzten Jahren natürlich gewachsen, die Ansprüche gestiegen und Robert hat es jetzt schön formuliert, aber wir haben natürlich viele, viele Künstler, da funktioniert es nicht mehr so wie früher mit der Pizza danach und so, weil Künstler, manche sind einfach, weil Max würde wahrscheinlich gerade sagen, ja, der Robert, der sagt, das ist alles so leicht. Aber das zeichnet unser Festival auch aus, dass wir wirklich, dass wir mitwachsen, dass wir alle gelernt haben, den Künstlern eigentlich wirklich das zu bieten, was sie brauchen, auch wenn es manche Allüren sind und die Zusammenarbeit ist einfach wunderbar mit dir, Robert, auch, dass du so dahinter stehst und Max natürlich und allen von der Stadt und das ist das, was auch unser Slogan ist, seit langer, langer Zeit, Music unites, Musik verbindet und das, ja, das ist einfach das, wo wir weiter dran arbeiten möchten und wollen. Mein Interview heute in der Süddeutschen Zeitung stand, das fand ich ganz, ganz schön, eben wirklich statt virtuell, also wir wollen mit dem Festival eine andere Realität bieten, als, ja, als heutzutage oft durch die Medien suggeriert wird auch und deswegen vielen Dank, dass Sie dabei sind und jetzt, wenn du keine weiteren Fragen hast, würde ich nämlich den Künstler, der jetzt auf die Bühne kommt, kurz vorstellen. Carlos Barbosa Lima ist für uns Gitarristen eine Legende, Brasilianer, der eigentlich kaum einen Heimatort hat, weil er die ganze Zeit auf Tournee und auf der Reise ist. Er hat mit ganz, ganz vielen, wirklich ganz berühmten Menschen zusammengearbeitet. Er hat, ich glaube, mit 14 Jahren sein erstes Konzert gegeben, mit 15 Jahren dann in ganz, in einem ganz großen Theater in Rio de Janeiro vor über 1000 Menschen. Die Brüder Assad, die auch am Donnerstag konzertieren werden, die sagen, ja, Carlos Barbosa Lima ist eigentlich, also unser Vater hat uns Platten von ihm vorgespielt und das ist eigentlich die Legende der Gitarre oder eine der Legenden der Gitarre und er hat auf der ganzen Welt konzertiert und hat aber erst, Carlos, when did you play the first time here? 2011. Also 2011 hat er sein Deutschland-Debüt in Hersbruck gegeben und deswegen dachten wir, ja, jetzt muss er wieder kommen, auch zum 20-jährigen Jubiläum, wenn sie noch keine Karten haben, am Freitag nächste Woche spielt er Konzert und da kommt eine andere Gitarrenlegende, die Gypsy Swing, Legende Stochilo Rosenberg und Robert hat so ein bisschen untertrieben, also der Kartenverkäuf läuft schon sehr gut und sichern Sie sich Restkarten und wenn Sie jetzt Carlos Barbosa Lima auf der Bühne hören, ja, dann berührt er hoffentlich ihr Herz und wir sehen Sie am Freitag wieder und wir freuen uns auf Sie jetzt zum 20-jährigen Jubiläum und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank Patricia Arnoldo und Ernst für die musikalische, für den Konzertbeitrag und ja, wir freuen uns auf das Festival. Carlos Barbosa Lima. Währenddessen wird das Buffet schon aufgetragen.